Und in Brüssel bin ich jetzt verbunden mit Martin Schirdewan. Er ist Mitglied des Europäischen Parlaments für die Linke. Er ist finanzpolitischer Sprecher seiner Fraktion, zuständig für Wirtschafts- und Währungsfragen. Die Fraktion hat ein bisschen komplizierten Namen, Herr Schirdewan. Aber ich sage einmal richtig, in der konföderalen Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken und Nordischen Grünen Linken. Also, wir haben es gerade im Beitrag gehört. Am 29. März ist Stichtag. Dann scheidet Großbritannien aus der EU aus. Entweder halbwegs geordnet mit einem Abkommen oder im Desaster. Fast alles scheint jetzt irgendwie noch möglich, so kurz davor. Premierministerin Theresa May ist wieder in Brüssel. Heute trifft die Spitzen der EU und auch Vertreter des Europäischen Parlaments. Wie viel Geduld ist noch übrig in Brüssel? Was beobachten Sie? Ich habe den Eindruck, dass die Geduld sich tatsächlich dem Ende entgegenneigt, weil man mittlerweile zwei Jahre verhandelt hat auf beiden Seiten, sowohl von Seiten der britischen Regierung als auch allerdings von Seiten der Europäischen Union, vermisse ich im Moment die letztendliche Anstrengung. Wir haben ein sehr wahrscheinliches Szenario eines Hard Brexit, das auf uns zukommt. Und ein Hard Brexit, das wäre nicht nur das wahrscheinlichste, sondern auch das schlechtestmögliche Szenario, weil wir auch nicht vergessen dürfen, was alles an einem solchen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union mit dranhängt. Wir haben drei Millionen EU-Bürgerinnen, die in Großbritannien arbeiten und leben. Wir haben 1,5 Millionen Britinnen und Briten, die in der EU arbeiten und leben. Und deren Aufenthaltsgenehmigung, deren Arbeitserlaubnis, all solche Fragen wären nicht geklärt. Die große Unbekanntes, weiterhin auch die Frage, wie es im Nordirland-Irland-Konflikt weitergeht. Und auch die Frage der Steuerpolitik, all solche Sachen, die müssen geklärt sein. Deshalb brauchen wir ein Abkommen. Okay, das ist sozusagen die Zielstellung. Wollen wir mal, Sie haben jetzt den ganzen Strauß aufgemacht und auch in ein, zwei Punkte reingehen. Sie haben den Backstop jetzt schon angesprochen. Für viele ist das der Schlüssel schlechthin zu einer Lösung. Doch kann sich die EU da ernsthaft bewegen? Naja, also es scheint im Moment tatsächlich sehr verfahren zu sein. Die Europäische Union, und ich finde das an dieser Stelle auch richtig, hat eine gemeinsame und solidarische Linie mit Irland in dieser Frage. Großbritannien und die britische Politik zerlegt sich allerdings gerade, wie wir sehen können, gerade an dieser Backstop-Frage. Das heißt also, inwieweit eine offene Grenze zwischen Irland und Nordirland gewährleistet sein soll, was für die Iren und aber auch in Nordirland für viele unabdingbar zu sein scheint. Ein harter Brexit würde bedeuten, dass es eine harte Grenze gäbe zwischen Irland und Nordirland, was wiederum dazu führen könnte, dass dort der Bürgerkrieg, der Jahrzehnte angedauert hat und mehrere tausend zivile Opfer erfordert hat, wieder ausbrechen könnte. Und das wäre fatal tatsächlich, wenn wir sehen, wie in Großbritannien, also in Nordirland, in diesem Falle konkret einen Bürgerkrieg wieder entbrennen könnte, der über viele Jahre hinweg jetzt durch ein funktionierendes Friedensabkommen, das Good Friday Agreement, eingedämmt und eingezäunt wurde. Aber wir haben auch jetzt schon in den letzten Wochen leider wieder miterleben müssen, dass die ersten radikalen Gruppen in Erscheinung treten, auch wieder aktiv wären, die ersten militanten Gruppen. Es gab eine Autobomben-Explosion in London, Darius, es gab einen offensichtlich Fund eines Waffenlagers in der Nähe der nordirisch-irischen Grenze und die Situation dort ist sehr bedrohlich. Ich bin der Ansicht, dass man unbedingt eine Lösung in dieser Frage finden muss, um einen Hard Brexit zu vermeiden. Und ich glaube, dass da auch ein bisschen Kreativität von der Politik beiderseitig des Ärmelkanals gefordert ist an dieser Stelle. Ja, würde Kreativität bedeuten, jetzt irgendetwas über Zeitachsen zu machen? Der Kern des Backstops bedeutet ja, dass die Briten, wenn er eintritt, mehr oder weniger gebunden sind, keine eigenen Handelsverträge schließen können. Also im Grunde genommen ist das so etwas Ähnliches wie ein Verbleib light in der EU und das wollen die Brexiteers nicht. Aber wo ist der Spielraum? Ja, ich sehe da schon Spielraum, auch wenn im Moment das noch niemand auf Seiten zumindest der EU ernsthaft und laut so verlautbaren lässt. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, und man sollte das ernsthaft in Erwägung ziehen, einen bilateralen Vertrag zwischen Irland und Großbritannien zu schließen, wo allerdings die EU Irland auch den Rücken stärkt. Ich verstehe angesichts der Geschichte auch der Kolonialzeit Großbritanniens in Irland, dass die Iren da große Besorgnis haben. Das ist ja ein hochemotional aufgeladener Konflikt, ein historisch vorbestimmter Konflikt. Aber wenn die Europäische Union Irland den Rücken stärkte und die beiden die Möglichkeit fänden, also Irland und Großbritannien an dieser Stelle, zum Beispiel über einen bilateralen Vertrag eine offene Grenzsituation zu schaffen oder eine weitestgehend offene Grenzsituation, dann könnte man vielleicht den Friedensprozess in Nordirland bewahren und gleichzeitig Großbritannien den Weg aus der Europäischen Union ermöglichen. Und zwar mit einem Abkommen. Und ich wiederhole, ein Abkommen ist nötig, um auch die sozialen Rechte zu schützen, um den Frieden in Nordirland zu schützen, aber eben auch um einen schädlichen Steuerdumping-Wettbewerb zwischen Großbritannien und der Europäischen Union bzw. den Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu vermeiden. Ja, vielleicht ein letzter Punkt, Herr Schirrlewan. Nun sind Sie Fachmann für Wirtschafts- und Währungsfragen und haben die Steuerpolitik jetzt auch zweimal erwähnt. Also lassen Sie uns vielleicht sozusagen in einem Schlussmoment dieses auch noch entsprechend würdigen. Alle sagen, Brüssel, aber auch andere, sie hätten Notfallpläne gemacht und die würden greifen und wunderbar. Trotzdem haben alle Angst. Was würde es bedeuten, wenn wir in den Hard Brexit gehen? Geben Sie uns vielleicht noch ein, zwei Zahlen. Naja, Großbritannien ist für Deutschland einer der wichtigsten Handelspartner, um einfach auch mal auf Deutschland zu blicken. Da gibt es ein jährliches Handelsvolumen von über 120 Milliarden Euro. Das ist eine enorme Summe. Man sagt, dass allein in Deutschland 750.000 Arbeitsplätze daran gebunden sind. Und natürlich könnte im Falle eines Hard Brexit derzeit niemand, trotz all der Notfallpläne, garantieren, dass zum Beispiel die Handelsketten, die Lieferketten aufrechterhalten werden, dass die Just-in-Time-Produktion so funktionierte, dass das sich nicht niederschlagen würde auf eben tatsächlich die Produktion und damit auch auf die Situation der Betriebe und damit auf die Situation der Beschäftigten. Also es ist eine sehr schwierige Situation. Und mein Plädier wiederum, wir brauchen ein Abkommen. Und beide Seiten müssen sich meiner Ansicht nach da bewegen an dieser Stelle. Vielen Dank für Ihre Einschätzung heute Morgen hier bei Phoenix. Martin Schirdewan für die Linksfraktion im Europäischen Parlament. Vielen Dank. Gern. Bitte schön.